Im heutigen Video geht es einmal um den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Wir schauen uns einmal den Unterschied zwischen Brutto und Netto Gehalt an und wie man von dem einen zum anderen kommt. Dazu haben wir euch auch nochmal, wie ihr es von uns kennt, einen Rechner gebaut. Außerdem schauen wir auch mal in eine Lohnabrechnung rein, wo denn die einzelnen Zahlen zu finden sind. Viel Spaß bei diesem Video. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute sprechen wir mal über Brutto und Netto. Denn wir haben ja schon einige Videos produziert, zum Beispiel das Videos die zwölf besten Ausbildungsgehälter oder die besten Studienberufe. Im Endeffekt, jedes Mal, wenn wir über Gehälter sprechen, bekommen wir immer dieselbe Frage in die Kommentare. Ist es denn Brutto oder ist das Netto? Für alle vorherigen Videos kann ich eine einheitliche Antwort geben. Die Gehälter, die dort angegeben sind, sind immer Brutto-Gehälter, denn die Netto-Gehälter hängen ja von den individuellen Personen ab. Das heißt, man kann hier keine Aussage darüber treffen. Also, was ist der Unterschied zwischen Brutto und Netto? Brutto, kann man allgemein sagen, ist eine Größe, die sich aus mehreren Teilgrößen zusammensetzt, wohingegen Netto aus weniger Teilen oder nur einem einzigen Teil besteht. Um das jetzt mal ein bisschen theoretisch auszudrücken. Das heißt, die höhere Zahl ist immer das Brutto und die geringere Zahl ist immer das Netto. Das kann man zum Beispiel bei Preisen anwenden. So ist zum Beispiel der Bruttopreis den, den ihr im Supermarkt sehen könnt. Also den normalen Verkaufspreis plus die Mehrwertsteuer. In manchen anderen Ländern, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, kommt es auch vor, dass ihr nur den Nettopreis angezeigt bekommt und dort kommt dann nochmal die Steuer obendrauf. Das heißt, euch werden die Nettopreise angezeigt und bezahlt wird dann aber das Brutto. Bei Gehältern ist es genauso. Das Brutto-Gehalt ist das höhere der beiden Gehälter. Das ist das, was in eurem Arbeitsvertrag steht, worauf ihr euch mit eurem Arbeitgeber einigt. Das, was du jeden Monat aufs Konto überwiesen bekommst, das ist dein Netto-Gehalt. Von deinem Brutto werden nämlich zwei große Blöcke abgezogen. Zunächst einmal ein Steuerblock und dann ein Sozialversicherungsblock. Beide Blöcke teilen sich wieder in Unterabgaben, also Unterblöcke, auf. Das Brutto-Gehalt steht also, wie gesagt, in deinem Arbeitsvertrag und ganz oben auf deiner Lohnabrechnung. Davon werden dann Steuern und Sozialabgaben von deinem Arbeitgeber für dich an die entsprechenden Stellen abgeführt und du bekommst auf dein Konto dein Netto-Gehalt überwiesen. So eine Gehaltsabrechnung kann man in zwei aufteilen. Zunächst einmal hat man hier oben die Informationen zum entsprechenden Mitarbeiter mit hier dem Monat, welche Krankenversicherung, der Tätigkeit, verschiedenen Faktoren, zum Beispiel der Lohnsteuerklasse, der Konfession, wenn man zum Beispiel Kirchensteuer berechtigt ist, Geburtsdatum, Eintrittsdatum und so weiter. Wenn man dann etwas weiter runter scrollt, sieht man hier das Gehalt und das ist dann das Brutto-Gehalt. In diesem Fall zum Beispiel haben wir jetzt einfach mal 2840 Euro angesetzt. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen, sieht man in der zweiten Hälfte der Lohnabrechnung die Abzüge, die hier getätigt werden. Einmal auf monatlicher Basis und einmal auf jährlicher Basis. Das ist aber nicht nur ein Zwölftel, sondern das hängt natürlich davon ab, wann die entsprechende Person ins Unternehmen gekommen ist. Schauen wir uns mal nur das Monatliche an. Da sehen wir als erstes mal hier drei Abzüge, die den Steuern zuzurechnen sind. Zunächst einmal die Lohnsteuer, das heißt in diesem Fall fallen 368 Euro Lohnsteuer an. Dann die Kirchensteuer, die entweder je nach Bundesland 8 oder 9 Prozent von der Lohnsteuer sind, in diesem Fall 33 Euro und den aktuell noch geltenden Solidaritätszustag, der für einen weiten Teil der Bevölkerung ab 2021 wegfällt, in diesem Fall 20 Euro. Der weitere Block hier unten, das sind die Sozialabgaben, die wir bezahlen. Der erste Teil, KV inklusive Zusatzbeitrag, ist die Krankenversicherung mit rund 223 Euro. Dann kommt die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Pflegeversicherung. Aufsummiert, also sowohl die Steuer als auch die Sozialabgaben, kommt man auf rund 992 Euro. Und die werden dann vom Bruttogehalt abgezogen. Und das Ganze sieht man dann hier oben das Bruttogehalt, 2840 minus 992, ergibt ein Nettogehalt von 1846 Euro. Das Ganze sieht ziemlich kryptisch aus, allerdings wollte ich euch jetzt erstmal nur zeigen, wo Brutto und Netto zu finden sind und wo die Abzüge sind. Gehen wir jetzt einmal in den von uns recht aufwendig programmierten Brutto-Netto-Rechner, wo wir das Ganze nochmal nachrechnen können und wo ihr dann auch mal verschiedene Fälle durchsimulieren könnt. Wir befinden uns hier auf unserem Brutto-Netto-Rechner, den wir mit viel Schweiß und Mühen für euch programmiert haben. Und das erste, was man hier eingeben muss, ist natürlich sein Bruttogehalt. Hier werden wir mal einfach diese Lohnabrechnung durchsimulieren, um mal zu zeigen, dass man relativ nah an sein Nettogehalt mit diesem Rechner kommen kann. Der Monatsverdienst war hier 2840 Euro gewesen. Hier könnte man in dieses Feld auch ein Jahresgehalt eintragen. Dann müsste man hier einfach nur auf den Zeitraum auf Jahr umstellen, aber wir lassen es jetzt mal auf monatlich. Das Abrechnungsjahr ist in diesem Fall jetzt 2020. Sobald das neue Jahr zur Verfügung steht, werden wir die Zahlen natürlich auch hier ergänzen. Scrollen wir einmal weiter runter, sehen wir hier Steuerklasse. Wenn ihr Single seid, dann wird für euch sehr wahrscheinlich diese Steuerklasse 1 zu treffen, die wir ebenfalls für unsere Musterabrechnung hier genommen haben. Wenn ihr allerdings nicht wisst, in welcher Steuerklasse ihr seid, wenn ihr zum Beispiel verheiratet seid oder Kinder habt oder alleinerziehend seid, dann könnt ihr im Artikel weiter runterscrollen und einmal hier auf Angaben zur Besteuerung klicken. Und dann seht ihr hier nochmal eine Übersicht zu den einzelnen Steuerklassen und auf wen welche Steuerklasse zutrifft. Scrollen wir nochmal weiter hoch, zurück zur Steuerklasse. Sehen wir dann hier noch das Eingabefeld Steuerfreibetrag. Das heißt, ihr könnt hier nochmal Sonderfreibeträge eingeben, die über den normalen Steuerfreibetrag, den ja jede Person hat, drüber hinaus geht. Der normale Steuerfreibetrag wird hier einfach mit berücksichtigt. Das heißt, wenn ihr keine Sondersteuerfreibeträge habt, dann braucht ihr die hier nicht eintragen. Die Person aus der Musterabrechnung war kirchensteuerpflichtig gewesen und das in Berlin, denn wir haben gesehen, dass das Unternehmen mit dieser Lohnabrechnung in Berlin sitzt. Hier müssen wir das Geburtsjahr eingeben. Da hatten wir hier mal beispielhaft 1994 angegeben. Und Kinder hat die Person keine. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Kostenblock, der hier abgezogen wird vom Bruttogehalt. Das sind die Sozialversicherungen. Hier gibt es drei Möglichkeiten bei der Krankenversicherung. Einmal gesetzlich nach allgemeinem Beitragssatz, was auf die meisten Menschen zutreffen wird, nämlich 14,6 Prozent des Gehaltes, was geteilt wird zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dann gibt es noch einen ermäßigten Satz und die Möglichkeit der privaten Versicherung. Wenn ihr das hier anwählt, die private Versicherung, könnt ihr hier euren Monatsbeitrag zur privaten Krankenversicherung angeben. Wir bleiben jetzt aber hier mal bei der gesetzlichen Versicherung. Und hier kommt zusätzlich zum gesetzlich geregelten Beitrag von 14,6 Prozent noch ein individueller Zusatzbeitrag hinzu, der von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich ist. Wir haben jetzt hier mal mit 1,1 Prozent Zusatzbeitrag gerechnet. Wenn ihr einzelne Krankenkassen mal miteinander vergleichen wollt und mal die Zusatzbeiträge vergleichen wollt, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung einen Artikel dazu finden. Scrollen wir ein bisschen weiter runter, können wir noch was zur Rentenversicherungspflicht sagen. Die meisten Arbeitnehmer sind natürlich rentenversicherungspflichtig. Und dann können wir hier auf Berechnen klicken und bekommen dann hier die entsprechenden Werte. Und hier seht ihr schon, wenn man die einzelnen Werte mit der Lohnabrechnung vergleicht, kommt man hier auf dasselbe Ergebnis. Es fallen rund 368 Euro Lohnsteuer an, 20 Euro Solidaritätszuschlag, 33 Euro Kirchensteuer, also insgesamt 420 Euro an Steuern und rund 572 Euro Sozialabgaben. Das bedeutet, das Nettogehalt ist dann in diesem Monat 1.847 Euro. Ich hoffe, dieser Rechner ist hilfreich für euch. Wenn ihr nochmal hochscrollt, könnt ihr mit den verschiedenen Parametern ein wenig spielen, zum Beispiel mit den Lohnsteuerklassen oder mal schauen, was es noch so für Steuerfreibeträge gibt, was es für einen Unterschied machen würde, wenn ihr nicht in der Kirche seid und so weiter. Ich kann euch auch ans Herz legen, den Artikel unter dem Rechner einmal zu lesen. Da gibt es auch noch viele weitere nützliche Tipps. Ich hoffe, dieses kurze Video zum Thema Brutto- und Nettogehalt hat euch gefallen und ihr nutzt ganz fleißig unseren Brutto- und Netto-Rechner, in den wir viel Liebe reingesteckt haben. Den Link dazu und zu den ganzen angesprochenen Artikeln findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Gib uns doch gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du weitere Fragen hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Finanzprodukte und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.